Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einer weiteren kleinen Folge Bumblebee Baut mit einem weiteren Special, ähnlich der Folge letzter Woche. Heute ein kleiner Basisrundgang über meine Basis, heute aber in Below Zero. Ich hoffe viele von euch haben bereits auch den Weg zu Below Zero gefunden, ist wirklich gerade im Bereich Basisbau nochmal eine ganz andere Nummer. Vom Spiel her unglaublich cool und ich bin gerade auch wieder dabei hier ein bisschen rein zu schnuppern, nachdem ich jetzt doch mehr Zeit im ersten Teil verbraucht habe. Und ich will euch heute einfach mal ein bisschen meine Hauptbasis hier zeigen. Wie immer, wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da und ich würde sagen, wir fangen hier direkt mal an. Das ist meine True Delta Station, die habe ich in mehreren Schritten gebaut, dementsprechend sind das auch mehrere Parts hier, die ihr euch anschauen könnt. Und das hier ist mein Hauptraum, würde ich jetzt sagen. Hier ein paar Spindel, hier kommt man aus dem unteren Bereich, aus dem Dockbereich hoch. Und links und rechts geht es hier in die, sage ich mal, Vorratsgänge. Ich habe hier für jede Ressource hier einen kleinen Schrank angelegt. Und ihr könnt hier sehen, kann man hier sogar farblich schön unterscheiden, was hier drin ist, dass man auf einen Blick weiß, wo man etwas zu suchen hat. Und ja, hier kommen wir in den kleinen Wohnbereich. Das ist hier tatsächlich mein Schlafbereich. Hier noch ein kleines Bild von einer anderen Station, die ich habe, die Diamantenmine. Und da unten ist ein kleiner Pausenraum und auch ein Dock, das ich euch auch gleich noch zeigen werde. Hier die Jukebox macht in der ganzen Basis hier ordentlich Musik. Das haben wir den kleinen Boxen hier zu verdanken. Das ist wirklich ein cooles Feature hier in Below Zero. Und ja, hier finden wir alles, was wir so brauchen an Ressourcen. Hier hinten geht es in so einen kleinen, ja, Verpflegungsraum, sage ich mal, Pflanzen hier angebaut. Und natürlich auch hier die schöne Aussicht auf den unteren Bereich der Basis. Und in einem dritten Teil habe ich tatsächlich hier draußen auch noch einen Anbau gebaut. Ich kann jetzt hier also raus und ihr seht dann hier oben meine Aussichtsplattform, die ich euch jetzt auch gleich noch zeigen will. Jetzt gehen wir aber erstmal, würde ich sagen, in den Dock-Bereich. Das ist da, wo man eigentlich meistens ankommen wird hier, wenn man von seinen Abenteuern rauskommt oder nach Hause kommt. Das ist hier meine Seebahn im Dock-Bereich. Und ah, das ist mein Stichwort. Jetzt gehen wir doch direkt mal hier in den Raum, wo ich meine schöne Filtermaschine stehen habe. Hätte ich auch noch dabei gehabt, also nicht so dramatisch. Aber dann nehmen wir direkt mal einen Schluck. Und dann sind wir schon wieder etwas im grünen Bereich. Hier nehmen wir noch ein paar Feuerschoten mit für die restlichen Werte. Und ihr seht, hier habe ich auch überall Pflanzen angebaut. Scannerraum darf natürlich nicht fehlen, der hier die ganze Insel abscannt. Und von hier kann man auch raus. Und hier, ja, mein Fuhrpark sozusagen. Das ist mein Seatruck, den ich sozusagen öfter auf Erkundungstour mitnehme. Da ist ein Frachtabteil drin und auch ein Dockabteil. Und das ist so die Backup-Seebahn, die ich hier hingestellt habe. Da ist auch ein Teleporter-Abteil dran. Denn dann kann ich mit angedockter Seebahn mich hier immer und jederzeit wieder zurück teleportieren. Und so sieht das Ganze von außen aus. Finde ich eigentlich ganz cool. Die pflanzen schon ragen so ein bisschen aus dem Wasser raus. Und wir haben da eben den Hauptpark, den wir gerade gesehen haben. Hier rechts ist das Dock für den Krebs und ein kleiner Pausenraum. Und da oben dann eben die Aussichtsplattform, in die wir jetzt auch gleich noch reingehen wollen. Und hier auf der linken Seite im Westflügel sozusagen ist hier der Kontrollraum. Das ist ein nettes Feature, was man in Below Zero hat. Man kann hier die verschiedenen Abteilungen auch an- und ausschalten, das Licht an- und ausschalten. Man kann auch die ganze Basis einfärben. Also da kann man wirklich viel mit rumspielen. Hier nochmal ein bisschen Energieversorgung. Der gute Bio-Reaktor, der ist mir immer treu. Okay, und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt mal in den oberen Bereich. Beziehungsweise ich schaue erstmal Richtung Krebsbereich. Dafür geht man auch hier wieder raus. Einmal zack, und da habe ich hier eine Leiter gebaut, die so ein bisschen an diesen Felsen andockt. Und von hier kann man dann nach unten gehen. Mit dem Piknuin ein bisschen spielen. Schwefel einsammeln, wenn man möchte. Und dann geht es hier im... Boah, das sieht so toll aus in diesem Spiel. Der Sonnenuntergang, guckt euch das mal an. Hammer. Und hier in den Pausenraum. Einmal hinaus. Und hier seht ihr, kann man Kaffee trinken, ein bisschen snacken. Man hat eine schöne Aussicht auf den Anleger der Station Delta da draußen. Und jetzt wisst ihr auch, wo hier meine Basis ziemlich genau steht. Und hier steht mein Krebs zur Erkundung bereit. Und man kann hier jederzeit losziehen und Ressourcen sammeln. Jetzt geht es raus. Und ich würde sagen, wir legen uns jetzt auch direkt nochmal schlafen. Damit wir dann auch... Oh, wobei, dann seht ihr es auch mal bei Nacht hier. Das ist eigentlich gar nicht schlimm. Müssen wir uns gar nicht schlafen legen. Sondern wir gehen einfach auf der anderen Seite wieder raus. Und gucken uns den letzten Part an. Den ich hier an die True Delta Station gebastelt habe. Nämlich mein, ja, ich sag mal, Observatorium und auch mein Platz für meinen Lebensform-Zuchtbehälter. Der natürlich nicht fehlen darf. Und dafür gehen wir jetzt hier in diesen Part. Und dann haben wir den kleinen Aufzug, der eben hier nach oben führt. In den oberen Bereich. Geht man einfach, zack. Und dann ist man hier schon direkt im Observatorium mit wunderschönen Blick auf diese Basis hier unten. Und ihr seht, ich habe das hier wirklich komplett über die Insel gebaut. Und eventuell will ich auch irgendwann mal noch einen Anbau machen. Hier in der Ecke oder vielleicht sogar hoch zur Antenne. Da könnt ihr mir ja einmal sagen, ob ihr da Lust hättet. Oder ob ihr noch coole Ideen habt, was wir hier noch so basteln könnten. Überlegt, ob ich hier noch ein kleines Gewächshaus hinstelle oder sowas. Mal gucken. Hier auf jeden Fall der Lebensform-Zuchtbehälter. Ihr seht, da ist gerade nicht viel los. Ich versuche gerade diese Läuse zu züchten. Ich habe davon ein paar gefunden. Das ist tatsächlich ein sehr vernachlässigtes Tier. Aber man kann die scannen und man kann die eben auch züchten, wie ihr seht hier. Und ich will gucken, ob die gut sind, um in meinem Bioreaktor als Biomasse zu fungieren. Ihr seht, hier sind diese kleinen Steinläuse, die man leider nicht essen kann, aber offensichtlich züchten. Das habe ich jetzt hier so gerade als kleines Experiment laufen. Und ja, hier gibt es noch ein weiteres Observatorium hier vorne raus. Und hier hinten dann der Forschungsbereich mit dem Kernreaktor, der das Ganze hier natürlich unglaublich zuverlässig mit Strom versorgt. Und das ist es im Grunde schon. Und hier haben wir eben einen Hinterausgang, der dann in den oberen Bereich der Insel führt. Und hier hätte man tatsächlich noch Platz, noch ein, zwei Gebäude anzubauen. Eventuell mache ich das. Ich habe aber das Gefühl, durch meine ganzen Bauten hier, droppt schon so ein bisschen, ah, guckt euch das an. Droppt schon so ein bisschen meine Bildrate hier im Spiel, beziehungsweise die Grafik lässt nach, aber vielleicht bilde ich mir das auch so ein bisschen ein. Aber es ist auf jeden Fall doch schon einiges, vor allem, weil ich hier noch einige andere Bauprojekte gebaut habe, wie zum Beispiel ein Gewächshaus ganz da hinten. Ich habe hier eine Forschungsstation, die ist ungefähr hier. Und natürlich meine Festung unten im Kristall, in der Kristallhöhle. Aber das ist meine Basis. Ich hoffe, der kleine Rundgang hat euch gefallen und euch vielleicht auch inspiriert, hier mal eine Basis hinzubauen. Ich finde tatsächlich, das Überlandbauen funktioniert sehr, sehr gut hier in Below Zero. Das ist ein cooles Feature und ich habe sehr, sehr viel Spaß damit. Und ja, schaut gerne in die Videos rein und lasst ein Like da für dieses Video. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr noch für Ideen für Basen habt. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal und tschüss.